Hi Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute Abend mit Tobias und Uliya bei Licht ins Dunkel. So einen Tag bin ich in einer Kirche. Auch mit den beiden. Drei, zwei, eins. Und jetzt bin ich hier mit der Uliya. Und da mit dem Tobi. Okay, du Tobi. Eins. Oh, das hat mich vergessen. Ich vergesse Tobi. Was habt ihr gemacht? Das ist ein feines Süßes. Wir haben die Uliya gesucht. Ja, Uliya ist beim Kinderbecken. Nein. Hoffentlich fällt die Kamera nicht. Hi Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute nehm ich euch ein bisschen mit. Und die nächsten Tage auch. Denn ich fahre nach Burgenland, weil ich heute Abend und am Sonntag einen Auftritt habe. Heute Abend mit Tobias und Uliya bei Licht ins Dunkel. Und am Sonntag singe ich in einer Kirche. Auch mit den beiden. Und ja, wir fahren gerade Richtung Pannendorf. Das ist ein Outlet Center. Da schauen wir mal, was es alles für uns gibt. Dann nächste Station ist Viva la Vita. Ein Hotel. Dann sind wir in unserem Hotel zu machen. Schön ein bisschen essen, essen, essen. Weil ich hab so Hunger. Und ja, weil wir wollten eigentlich um 10.30 Uhr losfahren. Und wir sind um 12.30 Uhr losgefahren. Und ja. So, wir sind fertig mit Shoppen. Wir haben zwei Ballerines gekauft und haben dann noch ganz viel geschaut wegen Winterjacken. Da haben wir eine gefunden. Aber ja, wir sind fertig mit Shoppen. Das ist halt noch nicht ganz perfekt. Jetzt fahren wir zum Hotel. Und um 16.00 Uhr haben wir dann aufwärmen. Also zum einzigen. Und dann um 16.30 Uhr haben wir Probe, wenn ich richtig verstanden habe. Also ja, jetzt fahren wir glaube ich eine halbe Stunde. Und ihr seht, es ist richtig kalt draußen. So kalt. Hi Freunde, wir hatten gerade Probe. Und jetzt bin ich hier mit der Ilya. Hi Leute. Und da mit dem Tobi. Hi. Und ja, wir hatten gerade Probe. Ja. Wie war die Probe? Eigentlich ganz gut. Und hier ist super Tobi mit dem Licht. Und hier ist Lili. So mein Outfit für heute Abend. Dann habe ich diese coolen Schuhe. Oh, die Glitzern. Ich habe auch Glitzerschuhe. Aber mit bunten Glitzern. Hier seht ihr das. Die hattest du auch bei der, ähm, Ding an. Äh, ja. Dann blätter ich mir meine Haare. Dann. Oh Gott, ist das fett. Oh, nein. Oh Gott, ich will helfen. Ich will helfen. Tobi, komm. Tobi, du stößt. Tobi. Tobi, du stößt. Tobi. Was habt ihr gemacht? Das ist so. Die Lili hat die ganze Steine gerade auf der Erde. Ich glaube, ich mache die Kamera aus und helfe mir. Tobi, die Streckemann. Die Streckemann. Das ist so. Das ist auch nicht. Mausi. Nein, aber das ist hier selber aufgegangen. Ja, wirklich. Das war ein Geist. Das ist hier. TWIN. Jetzt müssen wir voll TWIN machen. TWIN. Ich habe das nur rauf getan. Und dann ist das mitgegangen. Das war voll der Geist. Ihr habt gerade gesehen, was passiert ist. Wir haben das jetzt geregelt. Oder? Jo. Und ja, wir haben es jetzt geregelt, glauben wir. Der ist probiert. Der schlafe ich, gell? Der schlafe ich, gell? Der schlafe ich, gell? Der schlafe ich, gell? Ich schlafe da. Ich schlafe da. Alter, ich schlafe da. Ich schlafe da. Ich schlafe da. Aber wenn es ein Fußbrot zu machen. Wir sind gerade beim Fest. Macht ihr immer Selfies? Ja. Wir essen jetzt gleich was. Was isst du? Aber wir warten jetzt schon. Was isst du? Was isst du? Ich ess Spaghetti mit Tomadensauce. Und ich wie immer Spaghetti mit Boronese. Guten Appetit. 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 Er will nicht gefilmt werden. Wir essen jetzt was Feines. Und dann ist Schminken dran. Hi, wir schminken uns gerade. Gell, Ilja? Ja. Und sind dann noch... Wie viele sind wir dran? 21, glaube ich. Irgend so was? Und dann werden wir gerade geschminkt und so. Und gestylt und... Wie wärmen wir uns immer auf? Wieso schwitzt man sich sofort? Das ist so schön. So schwitzt man sich doch voll. Er ist doch gut. Nicht allein, ich ständig wunde, nicht allein will die Musik. Wenn ich tanze will, dann tanze ich auf meine ganz besondere Art. Am Wandel des Abwunds oder nur in deinem Blick. Am Wandel des Abwunds Damm Am Wandel des Abwunds just to be with you and take what I'm wrong, yeah oh, cause I need you to see I'll break up all the two better oh, oh I'll be right on the time I'll be right on the time oh, oh darling, don't let me last I don't want you in my life cause I don't want to walk on my arm walk on my arm so yeah, yeah cause I don't want to walk on my arm I'm ready, just call me lying I'm ready, just call me party I'm ready, I'm ready, I need you I'm ready, I'm ready, so call me but you hold my hand don't want to know, know, know so please don't make me wait and never let me break and never let me fall das sind meine Freunde wirklich? die sind super das ist echt eine Handlung ich frage mich, wie alt die sind weißt du was? ähm, die Ilja ist glaube ich elf, glaube ich der Tobias ist auch elf und die ähm, die sie ist auch zwölf, die Lilli ist auch zwölf voll cool und die ich war we are the world we are the children we are the ones who make it right today Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, dann machen wir jetzt ein bisschen.